Wenn wir die Reaktionsordnung und das Geschwindigkeitsgesetz kennen, können wir Umsatz und Reaktionszeiten beliebig ausrechnen. In dieser Aufgabe geht es um die Dimerisation von Butadien. Die Geschwindigkeitskonstante wurde zu 9,848 Milliliter pro Mol und Sekunde bestimmt. Aus der Einheit der Geschwindigkeitskonstante ergibt sich, dass es sich um eine Reaktionszweiterordnung handeln muss. Damit können wir alle Gesetzmäßigkeiten, die für Reaktionszweiter Ordnung gelten, auf unsere Reaktion anwenden. Reaktionszweiter Ordnung heißt zum Beispiel, dass R gleich K mal Konzentration hoch 2 ist. Wenn wir die Anfangsgeschwindigkeit ermitteln wollen, müssen wir einfach nur die Anfangskonzentration einsetzen und die Geschwindigkeitskonstante und erhalten einen Wert von 2,46 mal 10 und minus 5 Mol pro Liter und Sekunde. Für eine einfache Reaktionszweiter Ordnung lautet das integrierte Geschwindigkeitsgesetz Konzentration gleich Konzentration 0 durch 1 plus k mal t mal Konzentration 0. Wenn wir wissen wollen, wieviel Butter-Dien nach 30 Minuten noch vorhanden sind, setzen wir die Ausgangskonzentration und die 30 Minuten und die Geschwindigkeitskonstante ein und erhalten 0,0265 Mol pro Liter als Konzentration des Butter-Diens nach 30 Minuten. Wir können auch den Umsatz ausrechnen. Wir rechnen die Reaktionsvariable x aus. Anfangskonzentration minus aktueller Konzentration 0,02356 und setzen diese in Relation zur Anfangskonzentration und haben dann einen Umsatz von 0,47 oder 47 Prozent. Für die Halbwertszeit einer Reaktionszweiter Ordnung gilt, dass diese nicht konstant ist, sondern mit der Zeit immer länger wird. Es gilt die Gleichung 4,5 ist 1 durch k mal Ausgangskonzentration. Wenn wir die Halbwertszeit am Anfang ausrechnen wollen, müssen wir die Ausgangskonzentration 0,05 einsetzen und erhalten einen Wert von 33 Minuten. Dieses Ergebnis ist konsistent mit dem, was wir vorher ausgerechnet haben. Nach 30 Minuten sind ungefähr 47 Prozent Umsatz erreicht. Nach 33,8 Minuten sind genau 50 Prozent Umsatz erreicht.